Stress auf dem Dach 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 Und damit willkommen zurück zu GTA Online 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 Was geht meine Freunde Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geht die A Online Ach du Scheiße Geht die A Online Ok tut mir leid Ah Sorry Ja das läuft ja schon wieder Richtig Coole Karre hat da am Stissel Na du Hunde so, na tot Nein du machst das falsch Du machst das falsch Junge Mach tot Mach tot 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 Boah Du musst richtig auffallen Ich will nicht direkt wieder sterben Ja der Lattes Der stirbt doch nicht Ach jetzt gucken hier Ach da ist es da hinten gar nicht locker Ach so Ich will jetzt das Ding haben ja Ja ok warte mal Vorsicht 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 Ah ne das bist du Da will ich nicht mit Ach du mies Geburt Wo her ist es lang Fahr Carrey Fahr 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 Let's go Carrey Fahr Fahr Wo hast du ja das schnelle Auto Fahr Rife wo will es hin wo will es hin wo will es hin sorry du bist ja mein freund nach jawoll totmann ich habe ganz verpeilt dass ich auf gas drücken der fährt aber noch weiter ja ja ich habe gerade ein bisschen wenig muni deswegen ich habe platten der typ ja auch ich habe weiter auf den wagen geballert na ja auf einmal explodierte und ich stehe halt genau daneben und das ist richtig bomba dann bahnbahnbahnbahnbahnbahn hier raus noch mein frack eh du Wack alter die das war das Frag von den pannern 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 Ich loco Du loco Der sie es loco Ich mag Apfel is online tot tot this is it der schwarze muss mit this is it der ass muss mit Der Essen muss mit dir, oder? Oh, fuck! Was passiert? Irgendeine Band hier vorne. Bist du tot? Schade. Ach, ich hab dich auch so lieb, Alter. Ich dich doch auch. Ich bin... Ich bin richtig gegen den Baum gefahren. Weil ich wieder so bin. Ich habe die Lokbahn abgeliefert. Abgeliefert. Yeah! Yeah! Was geht ab, meine Freunde? Mission bestanden! Mission bestanden! Ja, Mission bestanden! Oh, 37.000 Geld! Geld, Brudi. Geld! Geil. Können wir eigentlich jetzt hier noch mal eine machen, hier so? Was? Können wir eigentlich noch mal so eine machen, hier so? Ja, können wir noch mal eine machen, da? Eigentlich voll cool, ne? Eigentlich voll cool, immer. Ich weiß nicht, wie so eine Landepartie. Ey, ich kann doch nicht wiederholen klicken, was ist denn das für ein Scheiß? Legale. Hallo, Levandale, rettet die Wale. Nachschub. Lustbett. Ah, ist scheiße. Qualisieren. Weißt du, was ist Neues? Ja. Hier, Spitzenlandung? Ja, sag ich schon mal, ich mach das so scheiße. Hier, Fabrik im Nirgendwo. Fabrik im Nirgendwo? Fabrik im Nirgendwo! Oh, er hat nur eine Wertung von 39 Prozent, scheiße. Ja, aber das ist ein Ding, Wellen, Wellen-Dingsbums. Ach, Überlebenskampf? Mmh, genau, das meine ich. Oh, ist diese scheiße, äh, Holzfabrik da wieder. Nein. Warte mal, wetten, dass das die Holzfabrik ist, wo wir am Livestream waren. Wetten, wetten wir. Ja, ich wette mit dir um einen Burger. Okay, den trete ich dir dann aber ins Gesicht, wenn du gewinnen solltest. Den will ich jetzt hier auf meinem Tisch haben, Bitch. Nee, den trete ich dir in die Fresse, mein Freund. Das ist Fabrik im Nirgendwo, das ist nicht Sägewerk, du Pfeife. Ach, halt die Fresse. Ich hab gewonnen, ich krieg einen Burger. Pff, du kriegst ja nichts. Ja, ich hab einen Arschstrich. Da seht ihr's, da seht ihr's. Der Dreckige, der Dreckige. Los, Garry, mach doch. Hopp, starte, Garry. Start. Garry. Garry, starte. Garry, Garry, Garry. Garry, Garry, Garry. Start. Ah, Sitzung wird gestartet. Sitzung wird gestartet, yay. Sitzung wird gestartet, yay. Und jetzt im Chor. Sitzung wird gestartet. Garry startet. Ah, meine Stimme. Meine Stimme entfernt sich. Tschüss, Stimme. Hau rein, Stimme. Tschüss. King. Yeah, ich hab meine schöne Waffe. Wow, yeah. Ja, toll. Wo ist man hier gut positioniert? Da oben? Ich stell mich da oben hin. Eigentlich nirgends. Weil es irgendwo immer gut positioniert. Und ich bin der King hier oben. Ich bin der King. Der King. Okay, die Pistole find ich cooler. Ähm. Ja, ich geh bisschen mit zu Karry. Jo, tu das. Weil der lockert so. Einer ist tot. Und der nächste ist tot. Und der nächste ist tot. Und der nächste ist tot. Der nächste ist tot. Der nächste ist tot. Da kommt der nächste. Da kommt. Oh, ich bin der Pistole. Ich bin der Pistole. Ich bin der Pistole aufgeführt, aber. Bitch, please. Hier ist keiner mehr, oder? Auch von der Seite. Die kommen wir alle. Ja, umgelegt, umgelegt. Ich hab nur einen getötet. Ich hab schon mehr, oder? Ich bin da voll gut drin. Gereicht dir. Noch ein. Wow. Machst du tot, machst du tot, da hinten. Hab ich. Hört, hast du überlebt. Hab ich. Hab ich. Ich hab sie getötet, mein Hübscher. T22. Bitch, please. Karry hat ja gar nichts gerissen heute. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Das weiß keiner. Was ist denn mit dir los? Bin gerade runtergefallen. Hör ab von meiner Weste dahinten, die will ich haben. Ich weiß nicht mehr, wo die ist. Ohne. Das ist ein Scheißer. Handsaugung aufgesammelt. Ah, ich will noch eine Vape, glaube ich, und Stüsse. Tu das, tu das, tu das, tu das. Ich hol mir schnell eine Wurst. Definitiv die Falschstellung hier ist. Das Ding ist so, wo kommt ihr her? Warum seid ihr da? Ach, halt die Fresse. Ja, ja, nein. Nein, 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 nein. Geh bloß weg, du Penner. Nein, tötet den da, Mann. Scheiß, sie waren da nicht. Ich bin ein schwarzes Frack. Bist tot? Das ist ein Schock. Aber fast wäre ich gestorben, wenn das Spiel nicht noch dummer gewesen wäre. Noch dummer? Ja, so richtig bekloppt das Game. Wammbo. Ich Wammbo, du Wammbo. Er ist Wammbo. Ja, sie ist Wammbo und, Alter. Wammbo, gleich deinen Kopf auch. Er schießt mich an, du bist tot, der Mann. Du bist... Ach, tot. Was? Du bist tot? Ne, ne, unten der. Mein Ziel. Tut, 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 tut. Na ja, Pussis, kommt mal her. Ähm. Was, ähm? Wo haben wir denn den Stissel? Hier haben wir einen Tod. Oh, das war knapp. Okay, ich laufe hier gerade an so eine... An so eine Weitsche. Oh, Cari, noch das volle Bodo. Ach, gut, da ich war ja einer da. Guck mal den da hinten rechts. Ja, der da, bei dir da hinten. Unten ist bei dir auch noch eine Nähe. Der da. Okay, und da hinten ist auch irgendwo auch noch. Ja, ja, der ganz da hinten. Der chillt schon die ganze Zeit da. Voll der komische. Wenn wir das auf die letzte Welle bekommen, kriegen wir 30.000 nun mal, ne? Boah, ich weiß noch. Ich hab mal Level, Level, äh, Dingsbums geschafft hier. Wieso ist Marc Apfel jetzt dabei? Hallo, Apfel. Er ist halt noch reingejoint oder so. Ach so. Aber ist ganz cool, dann sind wir zu viert, dann können wir richtig rumrattern. Ist cool, ist cool. Äh, Ding. Wenn wir, ich glaub, wenn wir das hier schaffen, kriegen wir standardmäßig 30.000, ja? Und weil es ist ja Double-Geld, es ist ja Double-Para, dann kriegen wir ja wahrscheinlich sogar 60.000. Ich hab das noch nie so weit geschafft, als ich 30.000 mal erreicht hab, oder so. Echt, ich schon zwei, dreimal. Mit nem Kumpel, vercampt, und dann ging das. Joa, das mach ich auch immer. Also, campen ist schön. Ja, was willst du, was willst du? Nja, Ding, was willst du hier anders machen? Die Viecher haben ja sogar Aim-Bot am Start. Die Viecher, Alter, die Viecher. Ja, die kannst du nur Viecher nennen, weil das nichts anderes ist, Bro. Machen Tod, Machen Tod, Machen Tod. Ja, mach ich. Das ist halt arschschwierig. Bin grad runterfallen. Am PC kannst du halt wenigstens noch, ähm, Teammitglied bestorben. Ähm, richtig, ähm, ähm, die Kamera mitziehen, ne? Kannst du dich auch? Nee, ich find das schwierig. Bist einfach verwöhnt, man. Nee, das, ich find das, auf Call of YouTube oder so geht das einfacher. So, ich muss... Oh, ich bin fast so... Oh, 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 oh. Fuck, ich bin tot. Gut so. Oh, gib doch gleich mal hier zu. Fehler, man darf einfach nicht laufen. Was macht der? Ja, das stimmt. Immer wenn gestorben, ha? Immer wenn gestorben, mein Freund. Gary Locko ganz oben auf dem... Voll runtergefallen, Gary Locko. Du bist als letzter über. Apfel ist auch schon. Ja. In die einzelnen Jagdgründe gegangen. Alter, du hast ja mal richtig noch ordentlich was vor dir, wa? Von hinten kommt einer. Hinter dir direkt, ja? Nein. Laut Karte schon. Die Karte ist aber auch behindert. Behindert, behindert, ich seh dich. Hallo, das ist der Salatwürsing, heute mit Affenkopf. Ich will nur schauen, dass ich jetzt nicht unbedingt draufgehe. Vorsicht, da kommt einer, irgendwo. Da steht er, im Tor. Im Tor direkt. Jawoll. Sei doch ruhig. Ich hab ihn schon gesehen, ich wollte bloß nicht riskieren, dass ich draufgehe. Ja, du gehst so drauf. Schau mal, das ist doch behindert. Er setzt sich wie so eine Missgeburt dahin. Ja, Affen sitzen nun mal scheiße. Oh, nicht mein Freund. Pro-Gamer am Werk. Oh, sie ist ja da, rechts, da rechts. Ja, ja. Nimm ich nur kurz hier. Steigt da hoch, steigt da hoch und setzt sich hoch. Ja, das ist zu viele. Ah, das war scheiße, das war scheiße. Zieh, zieh. Oh, was wolltest du denn? Ja, das war absichtlich. Die so, jawoll. Das ist zu weit, das ist zu weit. How many, how many? Es sieht aus wie drei oder vier. Fünf. Das sind fünf. Drei, drei, hier, komm. Vorsicht, Vorsicht. Jetzt hast du noch einen, Leute. Komm, Leute. Oh, Leute. Richtig schön zerlegt, die Gollumnesen, ey. Doch, ich brauch... Die Gollumnesen? Brauch Leben. Ja, ja. Klau mir das doch, du Miesvieh. Ich hab nix gemacht. Du hast Leben geklaut. Nein, ich brauchte kein Leben. Hä, what the fuck, warum... Nein, was machst du hier, du Penner? Cool. Komm, schalte die Gegner aus, komm. Oh, fuck, Alter, ich komm da nicht hoch. Aber das Ding ist ja, die schlucken nach der Zeit mehr, ne? Ja, ja, ich weiß nicht. Oh, das war knapp, Alter. Hey, hier hinten vorkommen, das finde ich jetzt nicht so cool. Ach, da ist ne Tür. Oder... Nee. Bin gleich tot. Aber ich brauch so einen Medi. Ich auch, ich definitiv auch, ey. Da kommen sie ja auch mit Autos dann angespawn, ne? Hm. Am Ende kommt, glaub ich, auch ein Helikopter. Bin tot. Oida! Das wollte nicht. Mies, ist mies. Toll, du bist ja wieder alleine mit Salat, äh, mit Apfel. Ja, was will ich machen? Jetzt bist, jetzt ist es auch... Tut mir echt leid, er spawnt hinter mir oder was auch immer er macht. Ich kann nichts machen. Was will ich machen? Was will ich machen, Freunde? Wollt ihr mir das erklären? 4.800 Para. Na super, voll wenig. Supertoll wenig, ja. Total wenig und ich glaub, es ist an der Zeit, die Folge zu beenden. Ja, dann beenden wir das an dieser Stelle. Und wir sehen uns das nächste Mal in der nächsten Folge wieder. Wie schwul sprichst du jetzt eigentlich? Wie so eine Missgeburt, ne? Ja. Richtig eklig. Hau aber weiter. Wie so eine Schmalzlocke. Hau aber weiter. Dann würde ich sagen... Tschüss. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haut raus. Haut raus.